Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh, nicht Yu-Gi-Oh, zum Monster Hunter, mit der Rathia, der pinken. Irgendwas stimmt mit meinem Gesicht nicht. Was? Mit deinem Mikrofon? Nein, mein Gesicht. Wie sieht dein Gesicht denn aus? Was? Ich versteh nicht, was dein Problem ist. Mein Charakter ist nicht mehr mein Charakter. Die haben ein Mikrofon. Was? Nein. Doch. Wen hast du denn ausgewählt? Doch, da ist ein Mikrofon. Das ist eindeutig ein Mikrofon. Naja, okay, meinetwegen. Dressantes Schwert. Sieht so. Hä? Das ist kein Schwert. Hä? Ernsthaft, du hast kein Schwert? Das ist kein Schwert. Ja, natürlich hast du kein Schwert, aber ich rede ja auch von meinem. Dein zieht aus wie ein ganz normales Ding. Meins sieht überhaupt nicht nach Monster Hunter aus. Was toll ist das? Hä? Das ist ein Schwert. Mit so ein paar Zacken dran. Bestellts ne schlimmer Problem. Ja, das sieht überhaupt nicht nach Monster Hunter aus. Das könnte Basil sein. Naja. Ja, dann kill sie mal. Dreieinhalb Minuten Zeit läuft. Du bist ja echt bescheuert. Ja, der Arzt. Was machst du da oben? Fast ne Minuten Zeit war. Okay, das ist auch wieder... Tech-Musik. Aua. Wieso läuft sie denn zu mir? Da ist ein Baum. Ist das hier weicher? Nein, nein. Wo kann ich stechen ohne abzuprallen, Mann? Ganz an der Spritze. Die ist härter an anderen Stellen als normale Radien. Bios ح là! Die sind proposing halt seguridadlich. Dort heißt es Idee5th Fullaku, Bedankt hast duge. setz dich einer medыпICHste oder Weg? Dez� bei den Partner gebrauchern. Pflicht. Danke schtr judgement das so Legends wie Bo keluar. Der Leer geht. Und auch wieder merkwächt diese hearsiy Freundство. Was willst du von mir? Toll, jetzt war sie schon am Boden, ist doch witzig Ah, jazus Ich hab Diamantsahne und Machtsahne Erstmal essen Fähigkeit Wiederbelebung aktiviert Ja, ja Kann der mich auf in die ganze Zeit wieder herzuschieben? Bald Ok, jetzt weiß ich was mir fehlt Ich hab keine Heilung Ey, was ist denn dein Problem jetzt? Haltrank ist doch da oder nicht? Nein, ich hab keine Tränke Oh Ja, ok, ist ok, ist ja schade Dann muss Maxi dran, würde ich das dafür verwenden Müssen sie gegen ne Wand haben Wissen wir, dass die Allreise ließen, bis wir die Wand haben Ja, sind aber nicht anzuschieben Ne Wandfahrer Ich hab die Aufwand, die ganze Zeit zu drehen Ok, wir haben sie nahe genug, vielleicht Jetzt Fahren wir auf der gleichen Seite? Ich weiß es nicht Ok, ich esse ne Machtpille Ich würde einen kleinen 30 Sekunden boosten Ich würde einen kleinen 30 Sekunden boosten Ach shit Da ist die Spitze Und da liegt jetzt ein Trank an der Wand Ich will ihn Ich will ihn Ach Die Goldsteine hat das Mistviech Ey ich Ja vielleicht Au 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 Du bist vergiftet Ja, ja schon wieder, ich weiß auch nicht was das immer soll Also Also warum kann denn der Trank nicht Nicht nur von Gift heilen, sondern auch Immunität dagegen für kurze Zeit geben oder so Das wäre ja OP Hä, wieso wäre das denn OP? Dafür gibt's Dekos Warum läufst du zu mir? Was soll denn das? Ich will doch nur wieder die Leiste voll machen Gib mir einen Trank Du sagst, Machtpille ist gut Ja für 30 Sekunden Dann Okay Ja also soweit ich mich erinnere Machtsamen und Diamantsamen gibt dir permanent 4 Angriff, 4 Verteidigung oder so Und Machtpille und Diamantpille sind ein temporärer boost 30 Sekunden mehr Verteidigung oder eben mehr Angriffsstärke Also wie das Pulver, das Dämonenpulver Ich kann mich irren Ich kann die Itembeschreibung hier drin nicht lesen B-Rang Oh, gut SFV Ticket 2 Wir brauchen davon glaube ich 4 Stück Wie die Sakura Ich vermute mal, die nächsten beiden werden schwerer Und noch weniger sinnvolle Items Äh Keine Ahnung Wenn das so ist, ich weiß es nicht Warum sollte es 3 Stufen geben? Sicher nicht nur für die Waffen Ja, muss ich nicht Kann ich dir nicht sagen, warum es so viele Stufen gibt? Vielleicht Ich würde es sehr gerne sehen, aber davon musst du mich einladen Ah, da bist du da Ah ja, also ich glaube das habe ich auch noch nicht gezeigt Die wachsen jetzt hier Du bist hier gar nicht oben gespawnt Was willst du? Du bist gar nicht hier oben gespawnt Ich bin runtergegangen, Mann! Ja, okay Was willst du da? Okay Okay Ah, also Ausrüstung Okay, hier ist das nicht dabei Komplette Hier ist sie dabei Das ist weird, aber okay Man kann auf Komplette Rüstung nicht mal schauen, wenn man eine Deko Also wenn man eine Komplette Rüstung hat, dann kann man nicht mal Deko Rüstungsanschauen WTF Ist da auch einer drin? Ich weiß es nicht Ich kann hier ein Türen Ach, Rathian Münzen braucht das ja auch Hm Können da theoretisch auch getroppt werden, aber Ach so Ach so, okay Der Wiki steht selbst A-Rang hat keine Garantie für Münzen Also Kann man auch leer ausgeben Hallo Hallo Also Ausforderungen Die zweite davon Und dann wird das mal verschärft werden, glaube ich, oder? Ach so, ich glaube, das ist das nicht so schnell Ich glaube, ich glaube, das ist das nicht so schnell Wir haben das nicht so schnell Hm, ich nehm den Bogen. Ich kann sie einschläfern und lähmen. Da ist nichts drin, oder? Nein. Ah, ich dachte hier Warnstein... Ach hier ist ein... Ich hol mir Erfnis. WTF? Das schaut ja interessant aus, wenn ich das Ding auswerfe. Da habe ich anscheinend noch nicht gemacht mit so einem Charakter. Oh mein Gott, Alter. Warum hat sie sich denn nochmal gedreht? Also ich schaue in die richtige Richtung. Okay, ich benutze Schlafbeschichtung. Wieso schläfst du hier ein, oder was? Warte, warte mal. Warte, ich muss mal gucken, welcher Knopf ist denn das, um die Beschichter zu aktivieren. Aufgeladen, schnell. Beschichter nutzen eher. Okay, jetzt könnte ich sie einschläfern. Okay, warte, ich mach's wieder ab. Dann benutze ich jetzt Nahkampfbeschichtung. Bäm! 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 Mein Gott! Wo genau bist du? Ganz an der Spitze ist das Einfachste. Oh mein Gott, das ist ja so bescheuert. Wie soll man den Schwanz abschneiden, wenn du die Spitze... Ah, Nahkampfbeschichtung habe ich ab... Hab ich unendlich. Ah, ich bin grad... Nein, ich will nicht im Nahkampf sein. Oh shit. Uh! Okay, äh, ich benutze mal Lähmung. Um uns das ein bisschen Zeit verschaffen. Sei gelähmt jetzt! Wie viel braucht denn die? Wow. Ich hab vor allem nur noch vier davon. Nicht so effektiv wie ich gedacht hab. Ah, okay, gut. Ist gelähmt. Nein! Ich geh da mal. Ah, okay. Sie haben mich trotzdem erwischt, WDF. Der Feuerball an die abgeprallt ist. Ich war da noch zu nah. Wie, an mir abgeprallt? Der hat mich doch volle Kander getroffen. Wie prallt der das dann ab? Also ist er nicht an dir vorbeigeflogen. Also war ich noch in range, weil ich neben dir stand. Ach so. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ist. Bin ich jetzt grad ein Steak? Die ist scheinbar hungrig. Okay, hol ich mal rein. Toll, jetzt hab ich kein Steak abbrechen müssen. Oh mein Gott, schon wieder. Ah, nice. Ich mein, ich kann sie einschläfern, wenn du magst. Nachdem sie jetzt hier aufsteht wieder. Mir reg das doch auf. Also der Part, der dick heiß ist, ist das die Spitze? Ich hau anscheinend immer nicht weit genug hinten. Ich glaub, sie pennt gleich. Ich nehm mal kurz mein Steak. Du kannst dich ja drauf vorbereiten. Warum dreht sie sich denn instant weg? Ich wollte ein paar Schläge auf den Schwanz kriegen. Nicht nur einen. Ich will nicht hau anscheinenden. Huh. Autsch. Vielleicht darf er gar keine. Nachte reichweite. Explosionsbefichtung. Go. Mein Gott, Alter Neus Ich habe keine Beschichtungen mehr Schade, natürlich hat der stärkste Schlag nicht getroffen, weil es dann schon weg war Typisch, gell? Oh, shit Kraftschuss, schneller Schuss Drachentöter, Airplus, mittlere Maustaste Au Okay, aber jetzt kann ich nicht mehr woanders hinziehen Nein Der ist schon immer Wart doch mal stehen Ich glaube, es ist nicht länger, oder? Ja, zu lange Flieg, ein Stück flieg So, ich sehe, ich habe Lähmungsmesser Okay, Lähmung hat nicht gereicht Fünf Stück Jetzt schauen, was die Schlafmesser machen Auch nicht gereicht Okay, dann kommen jetzt die Giftmesser Okay, vergiftet es Nice Ich habe eine Blitzkapse Ich habe eine Blitzk Keller Ich habe eine Blitzkriege Ich habe eine Blitzkriege Fällt es gut, wenn man solche Gestunnten-Status einfach schneller abbrechen könnte, indem man spammt, aber naja. Ah, wofür? Ich wollte zwar eigentlich deinen Schwarzer packen, aber anscheinend bleib da dran. Ja, das haben wir vorher noch nicht besprochen. Wir waren schneller als im ersten Lauf. Wahrscheinlich, weil ich zu oft abgeprallt bin, ich denke mal, dass da nicht so ganz zählt. Mann, gut, mein Schwert ist definitiv mein Damage aus der Lanze. Okay, ich hab... Äh, diesmal war es zumindest auch Radiemünzen dabei. Na, glücklich. Ich hab keine, aber ich brauch auch keine. Äh, dann machen wir die dritte halt auch noch, aber wahrscheinlich hast du schon genug. Hä, natürlich machen wir alle drei, hallo? Du hast mir vorhin geschrieben, du hast voll motiviert für Arena, also... Ja... Ja... Warum bist du dann wegteleportiert? Ja, weil ich zu meinem Dingensier wieder gehen muss. Ich will nicht mehr Münzen von dem Typen farmen lassen, als notwendig, verstehst du? Ah, okay. Kauf halt den Rest. Nein, es geht doch darum, dass es so viele verschiedene Münzen sind, dass ich das zwischendrin wieder umwechseln muss, sonst krieg ich nicht schnell genug alles fertig. Oh ja, gut. Benutzt den Drop-Raid-Boost. Ich... Hör auf, mich zu nerven. Also wirklich. Nein, ich mein nur, seift die Pilze ein, oder wie auch immer das heißt. Ja, das ist doch schon auf konstante Dingens. Ich krieg ja drei Münzen. Pro... Vorgang. Dauert nur noch einen Zug aktuell. Cool. Und dann nach der nächsten Quest hast du ja dann ein paar abzuholen. Oder wechselst dann quasi wieder. Also welche hab ich denn jetzt dran? Ich hab nur glaub ich immer noch nicht genug an denen. Varad Gamma Tetsi. Von den allen drei hab ich noch nicht genug, weil ich die 60 schüttel will. Na gut, lass dir Zeit, ich bin kurz... Varad... Tetsi... Gamma... Ehm, wir lassen mir da dingens aus. Ich seh ja auch hier... Okay, ich brauch in f Feel Nav говоря dir wissen. Hi. Okay, die Sachen da. Ich freu mich, was genau man da überhaupt hämmern muss. Ja gut, den werden wir logischerweise noch nicht machen, aber das hier. Ach, dann geh mal rein. Ach, dann geh mal rein. Es ist Hammer Time. Ah, was? Du hast doch einen Hammer dabei. Nein. Warum sagst du dann, dass es Hammer Time ist? Weiß nicht. Schon direkt wieder Agro. Okay, ich bin da. Oh mein Gott, Mann. Warum schleudert die mich eigentlich einfach nur runter, wenn ich darauf rumlaufe? Was hier Spaß macht. Was soll denn das? Ich hab... Oh mein Gott. Ah, da bin ich auch noch gestumpt. Dazu. Bist du Monster, die uns nicht angeheiftet? Dann ist das Spiel aber nicht sinnvoll. Ja, aber keine Ahnung. Ich denk mir so, wenn ich mich gerade dahin verranke... Oder... Man fliegt zu leicht runter, in meinen Augen. Ich mein, da kannst du was gegen tun mit Dekos. Warum mit Dekos? Ja, oder halt manche Rüstungen, die diese Dekos haben. Aber da benutzt halt ne Waffe mit Block, wenn du auf sowas stehst. Hä, was? Es hilft mir das denn, wenn ich draufkletter? Ich verstehe dich überhaupt nicht. So, sonst geht dir ums Klettern. Was genau war dann das... Ja, natürlich. Worum denn sonst? Wo wird man denn sonst runtergeworfen? Achso, ich dachte, du meinst, sie hat dich angerempelt und das nervt dich. Ich mein, das Rempeln war wahrscheinlich das Problem, aber ich war halt... Also, ich hab mich ja nicht im Kopf geseilt. Ey, keine Ahnung, ich war halt vorhin schon 50 Mal versucht, die gegen die Wand zu schleudern und sie lässt mich nicht. Okay, also ich bin für ein Kampf, also du mich kannst vergessen. Was soll denn das? Flipp, funktioniert das überhaupt, wenn du fliegst? Also, sie kann abschmieren, aber... Ich versuch sie zu lähmen gerade, wenn ich treffen würde. Sie ist gelähmt, schau's dir mal an. Ja, okay, schön, toll. Bin ich schön drauf, aber jetzt ist so irrelevant, deswegen. Ja, genau. Kannst du ja jetzt machen. Ja, kann ich versuchen. Wenn sie sich nicht wieder umdreht, in den drei Sekunden. Oh shit, ich lande nach! Oh wow! War ich verletzt? Ja, ich glaube ich. Au! Gut, gib mir einen Moment, wo ich den Stack ist. Nein! Und natürlich lande ich wieder nicht am Kopf! Und das merke ich dann erst, nachdem ich schon mittlere Maustaste gedrückt habe. Kräftiges aktiviert, das ist gut. 15% Exist. Aber wo ist denn der Stein auf? Na da. Okay, ich bin gleich wieder da. Rot, Präferation. Okay, Präferation. Okay, da bin ich auf jeden Fall am Kopf. Und jetzt standen wir auch mal, wo das Sinn ergibt. So, let's go. Grüße. Oh nein. Oh, schade. Ich bin betäubt. Ähm, ist ein bisschen blöd, wenn sie jetzt... Was ist das denn für eine Reichweite? Ich bin dann gedorscht. Hä? Ich dachte, du warst betäubt. Okay. Ja, nein. Schon, aber ich konnte mich wieder bewegen und bin gerade gedorscht, als sie geschossen hat. Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ich dem ersten Schuss ausweichen würde. Ich glaube, der hat scheinbar mehr AOE als ich erwarten habe. Na ja, kräftigen Stacks ist zweimal, also mehr sterben möchte ich aber trotzdem nicht. Ich glaube, ich benutze jetzt einfach den Maxi-Track-Viertes extra für die längere Lebensleistung. Scheiß auf dem Heel. Okay, los geht's. Äh, sie war doch da vorne an der Wand, oder? Dann liegt er doch im Trank. Ich bin zu langsam mit dem Ding. Oh, macht mir mehr Spaß. Oh, nope. Nope. Okay, das ist ein Spice woanders hin. Es ist yellow. Oh, meine Waffe hat geblockt, WDF, ohne dass ich was gedrückt habe. Da hängen Raketen an dir. Oh, shit. Ja, dann, oh, shit. Seid ihr irgendwie so sehr süß. WDF, die hat mich nicht getroffen. Aber ja, AOE ist auch die Kleine, die. Okay, das scheinbar ist manchmal so krass. Äh, wie kann ich mich drauf verlassen, dass sie sieht? Nein, okay, kann ich nicht. Ich wollte gerade schon den Mörser benutzen. Ich habe heute noch Lähmung und ich habe auch Schlaf. Ich mache mal Schlaf ein bisschen. Die ist gerade eh müde, sehr schön. Okay, das hat sie, das hat sie durchscht. Dann kann ich jetzt kurz Wibbern benutzen. Aber zuerst, warte, zuerst benutze ich eine Machtpille. Habe ich die gar nicht. Ach doch, eben. Oh, bam. 300. Perforation. Perforiere. Jatsch. Au. Okay. Aber eben werde ich vergib. Ich muss nochmal kurz nachladen. Ich habe noch ein paar, ein bisschen gute. Steuerung ist neben dir gelandet. Geht da nichts. Au. Zeit für Schrotmonition. Zeit für Schrotmonition, wenn sie so nah neben mir steht. Ach fuck. Genau, die dritte gelaufen. Äh. Alles klar. Die rennt einfach zweimal über mich drüber. Ja, die ist beweglich. Ich benutze meine Lähmungsmesser. Hadouken. Okay, fünf Lähmungsmesser haben nicht gereicht, um sie zu sehen. Mein Helm mit den Schwertern macht man einfach der Anime ran, wenn man diesen Aggressivmodus aktiviert und dann Dodge. Schrot. Scheiße. Das ist schon irgendwie. Das ist schon irgendwie. das ist schon ein rosa radian stück die spezial die speziell ach das ist das maschinengewehr gewesen voll vergessen dass die waffe das hat herzlichen glückwunsch zu deiner sakura rüstung ich gehe davon aus oder dass du mit vier tickets wie als wenn das das einzige ist was notwendig ist ja und vier radian müssen so teuer war das jetzt nicht auskaufen ich hoffe jetzt einfach immer alles bis ich unter 500.000 bin das ist überhaupt möglich so viel zu kaufen dass man das geld richtig durch bitte aha das macht keinen sinn du brauchst wahrscheinlich immer noch mehr für brigade genau hast vorhin erwähnt dodo brauchst du noch und die anderen aber die wachsen quasi bei dir ja was machen wir also in der zeit in der wir aus wachsen war oder machen wir trotzdem die gleichen monster noch mal jetzt erstmal zu spielen weil ich glaube dass ich wir haben nicht die brigade also sagt was kann die eigentlich ja wieso soll die nix können ladenkraft unverwundbarkeit geologe sind ja drin ok da kommt der leo geologe weil ich das ding ausgerüstet ich bin ich bin gerade selber verwirrt aber egal angriff buch verteidigungsbewusst wieder betrieben aus definitiv kein geologe drin also okay das ist also was ich anhabe ja dass er hinter kraft und verholen ja ok haben wir geologe rein damit das nicht voll ist das ist auf jeden Fall wesentlich stärker als rio naja das ist das ist jetzt auch mal also ist aber schwächer als gerald gerald ist krasser drauf naja jetzt kommen wir darauf an von woher die kommen man ist sicher habe ich immer gefragt warum es dieses komplette rüstungssets menü gibt und wenn nur gerald drin ist endlich habe ich da mehr auswahl könnte es sein dass du vielleicht das material dafür brauchst du ja ich hab die halt einfach nie freigestellt ich habe so viele meister anquests nicht gemacht das ist wahnsinn ich werde auch viel selber lesen müssen dann naja muss ich wieder zur versammlungsstätte zurück oder gerade nicht ich habe mir noch sachen hier rein das ist dir ausgerüstet gut ich würde sagen wir werden nicht vergessen und weiter jetzt im nächsten paar tschau